Hallo und herzlich willkommen zu World of Warships zu einer weiteren Folge mit mir Ben Hoshi und der Saipan wie gestern schon erwähnt angekündigt wie auch immer Ja wie gesagt die müssen wir auch mal wieder ein bisschen ausführen sonst rosten die Motoren ein Oh das ging aber ruckzuck Mann man man Die Independence ist dabei Ja wie gesagt ich bin mal gespannt Und mal sehen was ich heute so verzapfe ich denke eigentlich mal wieder nur Mist Aber man weiß es nicht Vielleicht hat man ja auch mal Glück Aber ich tippe mal eigentlich eher weniger Okay dann machen wir mal Zapp 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 Sollen wir alle da raus So wohin verschwinde ich denn Am besten mal ganz runter in die Ecke Ready for takeoff Ready for takeoff Ready Airborne Aufwaiting instruktion Autopilot mode enabled Group 5 Airborne Group 5 Awaiting instruktion Group 3 Und da beschützen ist klar So dann hauen wir jetzt mal alle da auf das Schlachtschiff da raus Was da eben gerade mal so schön oben hier geschwommen ist Hier das arme Ding Obwohl das natürlich ein sinnvolleres Ziel wäre Wie gesagt wir schauen mal wo es uns hinführt Dann gucken ob irgendwo was übergeht Dann gucken ob irgendwo was übergeht Klasse ein Torpedo getroffen und dafür aber fünf Flugzeuger Ist doch zum kotzen und das ist so ein geiles Ziel Oh Mann verflucht er Ich will es jetzt mal nicht sagen Das böse Wort mit W Den könnten wir dann hier auch nochmal irgendwie mal versuchen Obwohl er ein mächtiges Tempo drauf hat Um den können wir uns kümmern und um den hier oben Der schleicht sich da von hinten ran Das wäre vielleicht auch nicht so verkehrt Ich will es jetzt schon wieder Ready. Group 5, ready. Group 2, maintaining present course. Group 2, standing by for instructions, over. Maintaining present course. Group 3, ready for takeoff. Standing by for instructions, over. Group 4, ready. Group 3, maintaining present course. Sooo, sind alle wieder draußen. Airborne. Group 5, ready for Videoуры. Group 4, ready foray. Group 5, ready foray. Group 5, ready foray. Group 5, ready for the next class. Oh, das sieht doch aber nicht aus. Das sieht doch mal nett aus. Mann, das ist ja nur besser als... Naja, ey. Oh, Hammer. Ah, das... Also da freut er immer. Ey, so eine Trefferquote hatte ich noch nie. Sechs Torpede... Nee, warte, wie viel doch? Sechs... Nee, warte, was ist denn? Acht Torpedes haben wir getroffen. Sieben, okay. Aber Hammer. Heilige Scheiße. Mann. Da freut man sich. So. Aber irgendwo war ich noch den kleinen, blöden... Der blöde kleine Zerstörer. Der ist hier noch irgendwo rumgeschwört. Ready for takeoff. Group 3, ready. Group 3, maintaining present course. So. Sind wir noch nicht draußen? Oh, Mann. Da ist er. Verflucht und zugenäht. Ne, da müssen wir uns erstmal um den hier eigentlich kümmern sollen. Jetzt hakt das Ganze wieder. Ist das zum Kotzen? Dann. Approaching target. Approaching target. Taking fire. Engaging enemy. Returning. Returning. Taking fire. Returning. Jut, aah, herrlich. Ui, 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 ui. Hä? Dann hau doch ab da, du Idiot. Jut, aah, wollen wir mal gucken, dass wir jetzt hier wegkommen, jetzt hat er nämlich die Position entdeckt. Autopilot mode in. Was hat er denn? 3. 4. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 6. 5. 6. 6. 6. Jetzt bin ich hier der einzige Tab hier nur noch. Okay. Oh ja, ja. Oh, 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 oh. Autopilot mode disabled. Oh ja, oh ja. Autopilot mode enabled. Engaging enemy. Taking fire. 1. Jawoll. Ey, hab ich einen Lauf? Das gibt's ja gar nicht. Was ist denn heute hier los, sag mal. Das ist ja... Gibt's ja gar nicht. Drei Schiffe versenkt. Elf Torpedotreffer, sag mal. Das macht einem irgendwie aber auch Angst. We're under attack! Das ist ja jetzt mehr wie Zufall oder so. Drei. 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 Das mache ich doch mal nicht schlecht. Das Spiel dauert noch 3 Minuten, 2 Minuten und 30 Minuten, also, äh... Gruppe 2, ready! Maintaining present course! Autopilot mode disabled. Wollt ihr euch? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, ja. Group 4, ready for takeoff. Group 3, ready. Group 5, maintaining present course. Group 2, we're under attack. Maintaining present course. Group 3, airborne. Group 2, taking fire. Schade. Es hätte ja klappen können. Ach man, aber trotzdem. Ein Traum, ey. Das ist ja ein Ding. Ja, hätten wir jetzt gewonnen, hätte ich wahrscheinlich 4000 EPs gehabt. Und wahrscheinlich auch 400.000 an, naja. Was soll's, aber trotzdem böse. Na, 12 Torpede treffe, ey, wie soll. Hatte ich noch nie. 9 Wassereinbrüche, 3 mal Feuer an Bord. Ähm, 3 Schiffe versenkt überhaupt, das ist Wahnsinn. 4 kritische Treffer. 31 Flugzeuge abgeschossen. 6 Bomben von den, äh, Sturzflugbombern haben getroffen. Und, oh, also. Ein Traum von einem, von einer Runde, sag ich mal. Hätte ich nicht gedacht. So, na, der hat im, oh, knapp, naja. Gut, dann schauen wir mal nächstes Mal. Sprich, morgen werden wir wahrscheinlich mit der Cleveland mal spielen. Oder mit der Sims. Ich muss es mir nochmal überlegen. Gut, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Spricht ein Like. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt mir was in die Kommentare. Schaut auch mal bei Twitch vorbei. Link dafür ist oben rechts im Kanalbanner. Äh, ja. Gibt's interessante Livestreams. Zumindest, äh, in der Regel am Wochenende. Gut, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich, wie gesagt. Und verabschiede mich dann. Bis zum nächsten Mal. Euer Ben Hoshi. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.